Wenn der Maibarm wieder am Dorfblatt steht und sich alles um die Madung dreht, wenn sie ihre heißen Dirndlund sein und wir burschen uns die Augen rein. Auf geht's, jetzt ist wieder soweit. Auf geht's, heut wird nix bereut. Willkommen bei der Cold Water Challenge 2014. Wir bedanken uns recht herzlich bei Rudi und Franz vom Schlossberg-Tour für die Nominierung. Wir zollen euch natürlich keine Jause, sondern wir singen euch ein Stickel vor. Grüß dich, Gott, lieber Franz, und die Lande, wir mal sehen. Ja, da war dieser Koxensopfer bis der Nummer kling. Wir nominieren OTC. Weiters Top-Güttemberg und Fischervereindeutsch Schanschendorf mit ihrem Präsidenten Reinhard Pompa. Ihr habt bis Sonntag, 24. August, 20 Uhr Zeit, ein Video ins Netz zu stellen. Solltet ihr es nicht schaffen, bekommen wir eine große Jause. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Wenn du Anbitaus überausst. Das Ninge auch nie. Ein bisschen Spaß zu Homeignende. Bis es ein bisschen Spaß hat.